So, da bin ich Ida und es kann weitergehen. Wo waren wir denn stehengeblieben? Ich kann mal einen richtigen Stick draus. Ich finde die Texturen geil. Ich weiß ja nicht, was Ida zu sagen hat, aber ich finde die cool. Vor allem müsste ich jetzt mal wieder Holz abfarben gehen. Das mit dem Abbau und vielleicht das Holz von Sohn. Das finde ich ein bisschen dahinter. Scheiß Creeper. Ich hasse Creeper. Ich liebe dieses Spiel, aber ich hasse Creeper. Warum habe ich nur noch ein Holz? Also, mir wurde erzählt, man kann Spinnaugen nicht essen. Also man sollte es nicht tun. Sollte ja wohl reichen. 2,4,4 Steaks. Ähm. Falls das wirklich stimmen sollte, dass man dann vergiftet ist. Ja, es stimmt. Ich kann anscheinend aber auch nicht überall zum Halbzeit durchkriegen. Und das geht noch ganz kurz. Dann ist anscheinend nicht schlimm. Wenn man eh wenig Leben hat. Bitte lass hier nicht nochmal einen Creeper kommen. Liebes Minecraft, ich liebe dich doch so sehr. Ich hab keinen Plan, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme. So. Naja, das wird schon ungefähr hinhauen. So. Ich will da jetzt nicht unbedingt drunter fallen. Muss jetzt mal nicht so sein. Also nicht umbedienend. Mit dem Abbauen gefällt mir das nicht. Also wie gesagt, falls euch das Texture Pack gefällt. Ich würd mich sehr drüber freuen, wenn ihr es euch runterladen würdet. Und selber mal ausprobieren würdet. Ach und, äh. Guckt immer schön, wie es im HD oder... Also am besten auf 1080 Pixel. Ähm, aber... Oder halt auf 720, weil auf 480 und 300 bringt das nichts allzu viel. Also man sieht nicht unbedingt alles. Und vor allem nicht so schön. Und vor allem, ähm, sowieso sieht man nicht alles so toll. Von den Texturen und so weiter. Und so fort. Also ich würd euch hier auf jeden Fall mal empfehlen, äh... Ladet euch das Texture Pack einfach mal runter. Das ist jetzt hier für die neueste Version von Minecraft. Also ich find das Texture Pack schön. Uff. Sonst... Ja. Sagt mir gerne, was euch an dem Texture Pack nicht gefällt. Ähm, und Fall... Und auch, was euch gefällt. Weil, ähm, ich würd's verändern für euch. Auch die Monster und alles. Den Creeper zum Beispiel würd ich gerne verändern. Und das Holz. Aber das kann ich auch gerne für euch machen. Damit hab ich aber kein Problem, das mit Photoshop kurz zu bearbeiten. Vielleicht brauch ich mich hier doch. Und, äh, ja, dann würd ich euch meine Version von dem Texture Pack nochmal in ein anderes Video tun. Ähm... Sagt einfach Bescheid. Und ich würd mich da... Über Freuen. Also immer... Über... Über Kritik freut man sich natürlich auch. Über, äh... Sachen, über die man sich freuen kann. Also... Wo man gelobt wird, oder... Was auch immer. Freut man sich natürlich auch immer. Aber... Über Kritik halt auch. Ja... Ja... La la la... Ich mach mir mal kurz ein 64 Stück Holz. Vielleicht geht's ja auch schneller, wenn endlich mal die Holzspitzacke irgendwie im Geist abge... Ey... Ach, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Zack. Oh, da ist wieder so ein mega großer Baum. Komm. Einen jetzt... Oh... Halt halt noch einen aus jetzt. Ah, so geht's schon schneller. Hier sind so viel Pilz. Ich sollte mal riechen... Ich sollte mal die anderen Pilze finden. Mh, ja. Ah... Na, wo bleibt ihr denn falsch? Zack, das ist gar keiner. Ach, ja. Das dürfte wir gleich noch erst mal riechen. Wo war unser Haus, oder? Hä? Wie wächst... Ach, so. Ich hab's mit dem. Schau, schau, schau. Zack, 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 und zack, zack. Hm, ich hab mal, weil, ähm, es sind ja die neuen Kisten, also gibt ja hier neue Kisten. Ähm, das interessiert mich jetzt nicht. Boah, ich bin blöd. Geht das so? Hm, nein, es geht nicht so. Jetzt geht's mal. Ja. Und ich, hm, bin mal ganz kurz zack. Und da bin ich auch schon wieder. So, war kein großes Problem. Ich musste nur mal grad was gucken. Zack. Ja. So. Am besten helfe ich mal alles überflüssige hier rein erstmal. Feather, Sapling. Und String brauche ich ja momentan nicht. Die Teile, das da. Wohl, behalte ich mal. Gangpoder und Flint. So, direkt hier drüber. Oh, ich baue jetzt erstmal. Weil ich kein Schweres. So. Oh, ich brauche ne Schaufel. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Boah, ich hab noch eine, egal. So machen wir grad nur Steinschaufel. Oder zwei. Also ich find die Texturen echt genial eigentlich. Bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Aber die. Die lassen sich aber heben. Soll ich ob jetzt hier erstmal den Hoden raus. Ich bin auch erstmal dafür, dass wir erstmal die Holzsachen kaputt machen. Und die brauchen wir dann eh nicht mehr. So. Was mach ich denn hier für den Boden rein? Hä? Ich hätt das eigentlich auch lassen können. Weil ich hab jetzt was ganz anderes. Mir fällt schon was ein, was ich eh machen wollte. Ja, aber dann sieht das mit den Kisten blöd aus. Egal. Daraus kann ich jetzt leider keine Rücksicht nehmen. Das ist auch nur unser erstes Haus. Also klatschen wir den Scheiß hier hin. Warte ich, was kann ich das ersetzen? Durch die hier und durch das mal. Ähm. Dann mach ich vielleicht mal ein Korbel drunter zur Abwechslung. Das sei jetzt auch schlau. Ja. Spitzer hab ich noch. Oh, wir sind ja schon zur Hälfte Level 4. Ja. Das wollte ich jetzt. Ich muss mal die Türen nicht so machen. Check. So. Nee. So viel bräuchte ich nicht. So viel bräuchte ich nicht. So. So viel bräuchte ich nicht. 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 mehr mit der Kruse sieht das jetzt blöd aus ich 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 der Schaufel Jetzt habe ich hier schon so eine Schilke schaufelt, dann mache ich es nicht mit der. Hm, das klopft. Nee, das sieht blöd aus. So. 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 Vielen Dank.